herzlich willkommen zurück zu einem neuen part von pokémon saphir letzten part habe ich den arena leiter besiegt mehr oder weniger jedenfalls diese folge werde ich mich zur siegestarte auf machen und jetzt muss ich erst mal die vm surfer und kaskade weil genau kaskade muss ich beibringen ich denke polizien brauche ich eher weniger zumindest für die pokémon liga oder die siegesstraße jetzt nehme ich noch kurz philippa mit kurz hier auszufliegen damit damit ich nicht nicht kai ob er erst so vorbeibringen taucher beibringen jetzt wieder tauschen bewegen dann kann knacklion wieder mitkommen erstmal raus damals das wärs dann damit und jetzt mache ich eine kurze unterbrechung und besorge mir kurz den ep teiler ich hoffe mal dass ich hier richtig bin bin und jetzt muss ich hier hochlaufen und er muss mir den geben du hast mein brief und was man braucht herzlichen dank dieses ein dankeschön von mir es wird dir als trainer sicherlich helfen der ep teiler ja genau und den brauche ich jetzt für mein knacklion p teiler ok nein ne geben ähm da muss ich kurz knacklion steam holen wir sehen uns dann gleich wieder in moosbach city natürlich die ep teiler geben ja für das erste werde ich guter sonst erstmal in den beutel tun jetzt noch eben die pokémon heilen und auf geht's nach prachtpolis city dafür muss ich einfach nur nach süden einfach nur nach süden so weit es geht ich denke ich will jetzt auch keinen schutz einsetzen ja damit knacklion ein bisschen also ein bisschen training bekommt insgesamt mein team ich bin ziemlich underleveled weiter geht's ich muss mich ein bisschen östlich halten hast du auch einen rival gegen den du es hast zu verlieren nein ging geil ja okay jetzt sind eher meine gegner underleveled aber ich habe halt vorhin hier alles ausgelassen also vorhin letztes mal ich habe ja jetzt wieder seit einer wache nicht aufgenommen aber es hat ganz gut zusammengepasst weil es hat für die wache gereicht hatten die ich nicht aufgenommen habe ich kann es jetzt vielleicht also wieder es ist mir wieder ausgefallen aber es ist ja auch egal ach sternen du hier kann ich kann ich ja theoretisch locklinge einsetzen ja also kann ich so auch aber egal und besiegt aber ich habe es zu verlieren ich glaube hier müsste ich richtig sein ich hab ich hab gar nichts gegen kampf mehr gestrahlt aber egal das was ich in der arena von forsterhaven gelernt habe wende ich jetzt an das bringt dir aber leider nichts in die arena von forsterhaven habe ich schon besiegt die kämpfe sind jetzt nicht wirklich spannend aber bald geht es ja an die tot 4 das sollte das ganze ganze etwas spannender werden maschak wurde besiegt 31 endlich eine lab und noch ein maschak sehr kreativ diesmal 34 ok ok hoffentlich möchte es aus ja ok jetzt kann ich kurz dingster heilen gewaltruhr ich die ehrlich gesagt hab also ehrlich gesagt keine lust hab an das pokémon zu wechseln geht es hier drüben weiter ist echt verwirrend äh auch das ist alles oder muss ich hier oben lang ich glaube ich bin ja zu früh abgewogen na ja immerhin habe ich den trainer dort besiegt also zentara ist wirklich nicht gerade selten in der edition das hätte man schon etwas regulieren können weil wenn immer nur das gleiche pokémon kommt dann der nervt es einfach nur es ist ja kein bisschen abwechslung oder so setzt sich schon absurde ein aber es reicht kloakensauce was ist das ich habe den begriff also die attacke kloakensauce zu lange gehört aber scheint eine ganz lustige attacke zu sein es saugte kloakensauce wir haben hart dafür gearbeitet die pokémon liga herauszufordern wir können es uns nicht erlauben jetzt zu verlieren ähm du hast nicht mal die siegescharte begonnen mit level 35 danke danke ich wechsle jetzt das pokémon dass so nix wird auf was ist die frage ich habe tatsächlich nichts gegen pflanzen pokémon gegen kampf pokémon ok außer jetzt geist pokémon warum muggelheb mist bitter winter naja viel war es jetzt auch nicht unbedingt was es abgezogen hat hier ist übrigens aufgefahren dass man den kontroller ziemlich hört also ziemlich laut hört ich hoffe ich hoffe das stört nicht ich würde ich würde ja ein paar heile einsetzen aber dann kommt wieder starre spore also ich werde mit dem kontroller jedenfalls mal versuchen also falls es geht das ein bisschen zu entfernen aber wenn es nicht geht dann das ist einfach aber so langsam könnte der kampf schon mal ist zumindest gegen das pokémon schon mal vorbei sein oder ich gehe nach einmal paralysisch liegt so ne ich muss heilen oder jetzt volltreffer vielleicht Mist mal sehen mal sehen und yes level 35 für zombie you sehr kreativer spitznamen übrigens azumarill ja da hat sich das wechseln schon gelohnt absorber da muss ich mich dann nicht schon wieder heilen ja ich habe gehofft es sieht mehr ab naja ich werde trotzdem heute im mittags aber angreifen ja 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 und das war's und das war's oh wie konnte das passieren ja ich sehe gerade dass ich also ich müsste jetzt um die 15 minuten voll haben ich will die parts auch nicht zu lang machen also die letzten folgen habe ich nicht drauf geachtet aber jetzt achte ich drauf weil zu lange folgen sind auch langweilig also das war's dann mit der folge bis zum nächsten mal tschüss ja ja